Geht los Chat. Okay, here we go. Ganz schön leise finde ich. Das ist eine Gitarre. Eine Feierfreiung. Irgendwann habe ich selbst an diese Heilung geglaubt. Vielleicht wollte ich sie nicht hängen lassen. Dann kamen wir an. Bei den Fireflies. Durch sie hätten sie tatsächlich ein Heilmittel entwickelt. Aber dabei... ...wär sie gestorben. Okay, Digga, Gott. Was machst du hier drin? Du kannst sie nicht mitnehmen. Es geht um die Zukunft. Denk an die Leben, die wir retten. Scheiße, Mann, Joel. Was hast du gemacht? Oh, ich habe alle umgebracht. Sie gerettet. Diplomat, äh... Klimaanlagen entziehen, Feuchtigkeit. Also im Sommer hast du keine Feuchtigkeit. Ich bring dich aus, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Oh oh. Oh, irgendwie sieht Joel frischer aus, oder? So. Verdammt. Das ist... Wirklich krass. Wie viel weiß, Ellie. Sie glaubt, es waren nur Tests und ihre... Immunität... ...bedeutet nichts. Oh, Joel. Was hat sie geglaubt? Sie hat's so hingenommen. Wir sollten zurück. Oh, haben wir... Uh! Ich glaub, wir haben schon wieder ein paar Leute getötet. Oh, Verzeihung. Oh, Verzeihung. So, bevor wir jetzt aber loslegen. Verzeihung. Denn ich hab, äh... Alle vergessen heute. Paddel, dankeschön für den dritten Monat. Frühstückchen, dankeschön für elf. Historischen, dankeschön für 23 Monate. Aiming Jokes, dankeschön für 32. Panther, dankeschön für 22. Tiger Quest, dankeschön für 30. Kaiser, dankeschön für drei Monate. Pim, dankeschön für zehn Monate. Und Onkel Brain, dankeschön für 41 Monate. Jetzt können wir loslegen. Okay, das Game lag. Viewhuller. Twitch Rhyme. Is not a crime. Oh! Oh. Oh. ARD Text im Auftrag von Funk und es gibt keine einstellungsmöglichkeiten okay dann müssen wir wohl erst mal damit leben es ist sehr unangenehm okay ich habe eine ps4 pro und vielleicht ist das einfach nur ja für mich sieht es aber schlecht aus aber ist egal wir spielen trotzdem konsolenexklusiv ist die master race stimmt nicht wir spielen jetzt das war das letzte mal dass wir was davon gehört hat vielleicht nur noch eine krimasse zwischendurch im 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 Wir sind auch so. ich weiß nicht ob wir hier reingehen sollten gut auf dem 144 herz monitor mit 30 framespielen ist halt nicht so ganz clever was haben wir denn hier gebaut dabei ist zwei hola los schon okay ich mache das ist schon sicher ja okay so sieht frischer aus so sieht viel frischer aus als vorher walker moin ich grüße dich was wir vorhin besprochen haben ich hätte es wohl genauso gemacht ich nehme es mit ins grab wenn es sein muss das ist bitte für mich hallo hallo Hallo. Hey. Hey. Was ist denn, Joel? Ich schau noch mal rein. Die Leute, sie reden davon, wie beeindruckt sie sind von dir und wie gut du hier hilfst. Ist doch schön. Ja. Tommy und ich sind neulich ausgeritten. Und er... Er zählte einen Witz und ich dachte an dich. Oh Mist, ich hab's vergessen. Irgendwas mit einer Uhr. Was ist der... Es ist ziemlich spät. Und ich muss in ein paar Stunden aufstehen. Ja, 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 ich weiß, ich weiß. Ich lass dich gleich in Ruhe. Ich wollte nur... Ich will dir etwas zeigen. Gib mir nur eine Sekunde. Die Beziehung ist, glaube ich, sehr angeschlagen zwischen den beiden. Was ist das? Was ist das? Hartmann Moin. Manche nennen das hier Gitarre. Lustig. Soll ich was spielen? Okay. Okay. Versprich mir... Dass du nicht lachst. Werde ich nicht. Wer singen muss. Wer singen muss Joel auch noch. Das ist noch offen. Ich verlass mich drauf. Ich ruf dich nicht. Ich ruf mich drauf. Ich ruf mich drauf. Ich ruf mich drauf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Warum sollte man keine Uhr essen? Es verschlingt Zeit. Das ist dämlich. Träumschön. Geile, jetzt musst du aber auch 50.000 Kanalpunkte reinhauen hier. Hey Monchichi, Dankeschön für sechs Monate, Magger. Willkommen zurück. Nur noch 699 Subs to go. Jetzt müsste Elli 18 sein, oder? Ach, verdammt. Hey. Morgen. Sorry, ich hab total verschlafen. Gib mir eine Minute, ich zieh mich schnell an. War wohl noch ganz schön was los, als ich weg war. Ich. Sie hat mich geküsst. Das war einfach nur typisch, Dina. Das hatte nichts zu bedeuten. Ich meinte eigentlich deinen Streit mit Self. Wart. Du und Dina? Oh. Ich dachte, dass... Wir sind eine Woche getrennt und du machst dich an sie ran? Nein. Sie wollte dich bestimmt nur eifersüchtig machen. Ich hab nicht. Ich würde echt nie... Oh fuck, ist das peinlich. Ich zieh dich nur auf, Mann. Es ist mir egal. Zieh dich an. Du bist so ein Idiot. Schon eine schräge Nummer von dir. Sag mal, sind wir hier bei... Äh... Life is strange? Nicht okay. Oh oh, Chad. Oh oh, ganz viel Gefühlsdusel. Damit kann ich doch wieder gar nicht um. So müde. Damit kann ich doch überhaupt nicht um. Mit diesem ganzen Gefühls... Oh oh. Ey, sorry, Leute. Ich will euch nicht die Story kaputt machen, aber es könnte zwischendurch sehr sarkastisch werden, okay? Okay. I'm sorry. Ja. Ellie hat einen neuen Bruchtag. Du darfst weinen, wir sind cool. Hm. Ich will nicht weinen. Standbild. Hey. Da ist das nächste Item für die, äh... Moment. Da ist die Capture-Card ausgefallen. Ach ja. Ich sehe schon kommen. Steuerberater. Ende 2020. Oh! Hätte sinken. Sie kriegen noch so und so viel Steuern wieder. Sie haben dieses Jahr sehr gut gewirtschaftet. Hm. Ja, habe ich. Sehr gut sogar. Guter Tweet von mir. Kommst du hierher, um deine Tweets zu promoten? Magga. Du hättest doch einfach rüberkommen können. Was muss ich mir denn jetzt angucken für einen Tweet? Bist du jetzt so stolz? Meinst du den Ape-Crime-Tweet? Meinst du diesen? Magga, ich spiele hier gerade The Last of Us. Ich entdecke gerade meine Gefühlswelt und du kommst mir mit so einem banalen Scheiß. Ist mir doch kackegal, ob die nur singen oder nicht. Oder was meinst du jetzt? Ey, stay. Ich entdecke gerade meinen Körper. Verstehst du? Ich mache hier gerade... Ich lerne gerade ein junges Mädel kennen. Wie sie durch ihre Pubertät geht. Oder war. Aber schön, nicht zu sehen. Ich hoffe, die geht's gut. Oh, scheiße. Klappe. Ich wollte gerade aufstehen. Wirklich. Hast du alles? Ja. Hm. Eine Sache möchte ich noch loswerden. Ich bin sehr, sehr, sehr stolz auf dich, Stay. Du hast dich sehr gemacht dieses Jahr. Ab und zu gucke ich mir da mal ein paar Sachen an. Du bist sehr erwachsen geworden, Alter. Und ich sag dir eins. Wenn du hier den Kiebs da machst, ne? Du hast noch nie so schnell einen Knüppel im Nacken gehabt, wie du... Du weißt schon. Du bist heute Morgen das Stadtgespräch. Ich hab auch stolz auf dich. Was? Hab ich das richtig verstanden? Du hast Dina geküsst. Sie hat mich geküsst. Und deshalb nannte Seth dich... Was nicht so Nettes. Yep. Hat Joel ihn geschlagen? Eher geschobst. Und dann warst du sauer auf Joel. Den Teil raff ich nicht. War eine schräge Nacht, Mann. Klingt aufregend. Ich bin gerade, dass ich es verpasst habe. Ich entdecke mich gerade. Ich entdecke mich. Ich muss mich darauf einlassen, Stay. Ich muss diese Rolle fühlen hier. Ich muss es fühlen. Ich bin auch emotional angeschlagen. Das Racing-Rick ist kaputt. Kann nicht fahren. Keine Ahnung. Sag ihr, du hast mich nicht gesehen. Nee. Zu wem hältst du eigentlich? Entschuldigung. Was ist denn das jetzt für eine Nummer? Willst du mir jetzt sagen, du kriegst die Tür nicht auf, oder was? Hallo? Ey, Manga, wir können in der Apokalypse leben. Aber was ist denn hier mit Gentleman und so? Kann mir das mal... Gibt es dann keine Manieren mehr irgendwann, oder wie? Riechtige Antimäne. Hey, also... Alles okay bei uns? Bei dir und mir? Ja, natürlich. Oh, wie viele Leute hier leben. Das Medina ist vorbei. Ich weiß. Ich will nur nicht, dass du denkst... Ellie. Alles cool. Versprochen. Danke. Sieht halt aus wie ein Wilden Westen hier, oder? Hey, was geht denn mal, ja? Hey, hey, mein Alter. Ja, lass dich kraulen. Okay. Hi, Jesse. Oh, hi. Schon wieder die Nächste am Start hier, oder was? Oh, sag mir bitte nicht, dass das so ein Liebes-Schnulzend-Ding wird hier, Chat. Damit kann ich wirklich nicht um. Oh. Bitte nicht, ey. Bagger, was ist mit dir? Nun mach doch mal die Tür auf. Willst du was frühstücken? Nein. Wo ist Maria? Den. Ich sag mal, wie viele Leute leben denn hier? Entschuldigung. Oh, sie ist auch noch da. Oh, sie hat graue Haare. Seth möchte dir etwas sagen. Ich will nicht hören, was dieser Heuchler zu sagen hat. Tu es für mich. Bitte. Na schön. Seth. Seth, komm her. Scheiße. Hey. Okay. Letzte Nacht habe ich... Ich habe zu viel getrunken. Klar. Ich versuch mich zu entschuldigen. Maria hat gesagt, dass du mit Dina losziehst. Ich, äh, hab hier ein paar Sandwiches. Okay. Mit Steak. Danke, Seth. Ja. Ja. Also... Passt auf euch auf. Yep. Ich weiß das zu schätzen. Was hast du da? Heuchler Sandwiches. Hm. riecht gut sicher sicher ich bringe euch raus okay okay ich glaube ellie ist veggie wir haben jetzt mittlerweile alles schon verpackt alles ist safe für 2020 keiner kann bis jetzt meckern dass hier irgendwas nicht passt möchte ich dass du tony und joe ablöst die jungs sind schon viel zu lange da oben wo treffe ich sie geht zum posten im nordwesten da sollten sie heute noch hinkommen sehr vorsichtig in letzter zeit wurden sehr viele infizierte gesichtet na klar wenn sie die pfade vornehmen das müsste dann niemand anders übernehmen kennst du die bachpfade nicht gut die nah war schon oft dort dann übernehmt ihr beide dass das wäre geklärt okay dass du kurz zeit für mich ja das ist ich weiß nicht dass mit ihren show los ist maria du bist ihm sehr wichtig und er wollte bestimmt nicht dass alles okay ja ja okay okay dann entschuldige dass du deine freundin bitte zu den stellen können wir reden hey leute ich bin raus ach man wie lange hey hey tut mir leid dass ich gestern einfach abgehauen bin oh kein problem ich verstehe das ich ich fühle mich nur mies warum weil ich schuld an dem ganzen war und ich hätte dich nicht einfach vor allen neuten küssen sollen und du warst betrunken schon okay trotzdem ich will nicht dass du denkst nein ich interpretiere da nichts rein also weißt du was ich an der liebe dass du mich immer ausreden lässt okay wir sollten nur langsam los au was soll das ich spiel doch nicht mal mit weil du feige bist beidling ich hasse ihn so sehr machen wir sie fertig ja gerne ja gerne ihr wolltet das so lauf lieber ihr kleinen scheißer oh scheißer entdeckung los 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 oh oh ich greffe ihr macht euch alle verlierer oh easy woa 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 direkt auf dem kopf das ist mein schneeball wir lassen keine kinder gewinnen die scheiße gewinnen wir kinder gar nicht anders wie bei mensch ehrlich wie bei mensch ehrlich nicht zockt man alle ab yes das schnee kann ich gleich nochmal oh 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 shit yes okay 18 oh oh das mit köpfe oh shit oh come on ich seh dich ey wir dürfen die kids nicht gewinnen lassen oh versteck dich lieber wapp da ist schnee in den haaren okay undercover wapp au woher kannst du das nicht ey dina was ist das hier für ne scheiße du musst doch auch mitspielen ey mach ich hier alles alleine das ist ja wie mit joel im in den oh gott ey 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 wapp direkt ins gesicht unfair na wie war das hey hey wollt ihr noch mehr oh ausi der ist damit kommt ihr nicht davon oh 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 okay na los wir haben noch arbeit für uns na los oh man bin wohl selber schuld was yep gehen wir